Polster Garnitur Interliving 4100 Die Polster Garnitur Interliving 4100 erlaubt alles, nur keine Unbequemlichkeiten. Dank der motorisch gesteuerten Sitzverstellung gelangen Sie problemlos bis in die besonders komfortable Lounge-Position. Ein großes, lockeres Seitenkissen mit angenähter Stützrolle sorgt für eine Vielzahl weiterer bequemer Sitz- und Liegemöglichkeiten. Neben der großen Auswahl an Stoffen und Farben sind alle Einzelelemente flexibel und individuell kombinierbar. Die aufwendigen Biesenähte auch entlang der gesamten Rückseite erlauben eine Planung als freistehende Garnitur. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an individuellen Ausstattungsvarianten für Möbel ganz nach Ihrem Geschmack. Mit geprüfter Qualität durch die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel und 5 Jahren Herstellergarantie. Interliving – Möbel für mich gemacht